22 kmh, das ist schon ein sensationelles Kilo. Super. Ok. 22 kmh. – Und wenn er den Fährst hinten aufkommt, ist er gross, dann kommt es auch noch ein bisschen fest. Der Oberkörper ist total hochkannend. Der ist super stabilisiert. Kommt an der Ecke und dann hast du den ersten Block und komm an der Ecke und dann macht das ein Meter Ecke. Das ist ein ganz, ganz souverän. Das wären 20 Grad am Arm. Und dann soll man da hoch. Die Welt. Das ist nicht das letzte Block. Ah, 20. Wie wünschen Sie sich. Und wie geht es dir jetzt? Wird. Super, super. Luca, hin. Warte, bleibst du noch mal stehen? So, Start. Wird hier keinmal Luca rausgehen. Herz, gell.